JTL Paktisch unterstützt Sie optimal bei Ihrem Versandprozess mit JTL Wavi. Zu Beginn wird in JTL Wavi eine Pickliste mit den Artikeln für die gewählten Aufträge erstellt und ausgedruckt. Dank der Sammelkommissionierung muss nicht mehr jede Bestellung einzeln bearbeitet werden. Ihr Mitarbeiter sammelt mit der Pickliste nun mehrere Aufträge parallel. Nachdem die Pickliste abgearbeitet wurde, kann direkt mit dem Verpacken begonnen werden. Hierzu wird ein Artikel vom Pickwagen genommen und gescannt. Der Auftrag wird automatisch identifiziert und die dazugehörigen Artikel werden angezeigt. Nun werden die übrigen Artikel des Auftrags vom Pickwagen genommen und ebenfalls gescannt. Sobald alle Artikel Ihres Auftrages gescannt sind, kann dieser verschickt werden. Hierzu werden automatisch die Versanddokumente und das Versandetikett gedruckt und eine Versandbestätigung an den Empfänger versendet. Nun kann der nächste Artikel für einen weiteren Auftrag gescannt werden. Bei Aufträgen mit nur einem Artikel wird optional, direkt nach dem Scan des Artikels, der Versand ausgelöst. Mit JTL praktisch ist keine weitere Aktion notwendig. Mit diesem optimierten Prozess wird sichergestellt, dass Ihre Ware schnell und zuverlässig den korrekten Empfänger erreicht. Die einfache Bedienung von JTL praktisch werden auch Ihre neuen Mitarbeiter schnell erlernen und sicher beherrschen. Mit JTL praktisch können Sie beliebig viele Packplätze gleichzeitig in Betrieb nehmen. Klinker nutzen Sie zurück. Das ist mein Wurz Herwer. Dieses Video von JTL praktisch werden mitcenteredem gehen. Untertitelung von JTL praktisch ist ein Wurzger mit namens Wurzger mit gewittert MS106, fue zwar ein Wurzger mit einer Artikel in der Regelung, Dabr ist sicher zu�로um,